Als man früher seine Stimme hörte, wusste man auf Anhieb, das ist die Stimme von Modern Talking. Tja, aber das ist Schnee von gestern, auch in Seefeld hat es über Nacht geschneit und wenn man ihn heute hört, weiß man, das ist die Stimme von Thomas Anders. Und das finde ich gut so. Für seine weiblichen Fans ist er eh the King of Love. Thomas Anders! Musik 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 Musik